Einer von euch. So, wir hatten nämlich hier aufgeschlossen. Äh, wo war das? Da vorne? Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh, wie er umgefallen ist. Ja, echt. Oh, oh. Ähm, das war aber auch direkt hier jetzt, ne? Da unten. Mal gucken, wie viele da jetzt gleich noch rauskommen. Oh, ja, okay. Ich wollte eigentlich da vorne... Oh, was ist das? Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschen. Was? Sie hat uns... ...uns und ihren Kindern gemacht. Hat uns, wenn wir sie dort weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr sehnen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht immer im Geschwister. Ich will frei sein. Ich will weg von der Schlampe. Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist. Sie zu vernichten. Mein Schlampe. Ich will jetzt aber... Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken verpilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Das ist ein Arschloch. Mama. Mama. Okay. Oh. Ja, nee. Da haben wir jetzt nicht so viele. Hm. Könnte ich denn schön nicht machen. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wir haben 15 Flintenmunition. Wir haben sehr viele Pistolenmunition. Wir haben sehr viele Pistolenmunition. Ah, nee. 21. Why not? Heißen wir nur etwas Liebe. Heißenberg Chan! Oh, cool. Schau mal. Drei Stück. Arschloch. Okay, das ist cool. Nice. Geil. Das sollte jetzt nicht so schön rot. Oh Gott, da wollte ich einfach drauf. Die Dinge, die einfach immer so schön rot leuchten. Da sehe ich noch was. Da unten war auch noch was. Okay, Moment. So. Schau mal her. Ja! So. Wir gucken jetzt erst mal, was hier überhaupt ist. Bevor ich es da oben weitermache. Der Oblech ist eben wieder so schön rum. Ah! Sie blendt geschossen, ne? Ich benutze sie halt gar nicht. Ja. Hier vielleicht wieder. ein Kampf. Den gönne ich mir jetzt aber. Den gönne ich mir jetzt aber richtig. Komm. Alle. Ich hoffe, die anderen kommen auch. Okay. Ja, okay. Hätten wir auch mal können. Mal gucken. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Mal gucken. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Das ist ja gerade keine Möglichkeit. Okay. Hier auch nicht. Gut. Bevor ich nach oben gehe, gucken wir jetzt erst mal noch ein bisschen hier um. Das ist ja gerade. Ich will da rein. Der hat zwei Bohrer. Das ist aber scheiße. Oh. Der ist aber ein bisschen anders. Nee, da müssen wir was anders machen. Okay. Ja, dann komm! Eine Mission. 44? 45? 47? 49? 49? 50? Hinten! Jetzt sehe ich es erst. Scheiße. Der hat das einfach hinten. Oh! Achso, der hat sie eh schon erledigt. Gut. Das war unnötig, aber okay. Keine Sorge, wir finden noch genug Munition. Der hat das Ding einfach hinten. Okay, merken. Zwei Bohrer hinten. Zwei Bohrer hinten. Komme ich jetzt mittlerweile mal hier rein? Mano! Diese Angst vor Zahnarzt-Sprüche da. Boah, der war übel. Ah! Ja. Ich war mit. Von hier oben auch nicht. Okay. Ich sehe. Okay. Eine Sekunde. Hier kommen wir wieder zurück. Okay, hier kommen wir wieder zurück. Warte mal, ich gucke mal, ob ich die Tür aufmachen kann hier. Okay, Moment. Das heißt... Nicht, dass ich hier gerade was voll verpeile. Wir müssen hier noch den Knopf drücken. Genau, das fehlt noch. Ich bin gerade überlegen, ob wir zurückgehen nochmal speichern. Weil eventuell können wir... Nee, wir können nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Okay, alles gut. Wir müssen hier durch. Ja, sag mal. Ihr seht, ne? Boah, das ist aber ganz schön eng hier. Ich muss ein bisschen mehr Abstand nehmen wegen der scheiß Explosion. Oh, mir passiert nichts. Alles gut. Meine Munition ist gar nicht... Meine Munition, meine Munition. Nein, 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 Star-Lord, bitte nicht helfen. Wenn ich was übersehe, habe ich es übersehen. Alles gut. Dann ist das halt einfach so. Ich spiele alleine. So, zack. 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 Wusch. So, alles blau. Rechts von mir. Warte mal. Das ist, glaube ich, über uns. Ja, hier ist eine schöne Tür. So. Du wieder? Das ist, glaube ich,. Ah, ja. Gut. Hätten wir das auch gemacht? Oh, ja, 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 ja. Holy shit. Guck, vielleicht können wir uns ja gleich schon ein bisschen kaufen. Wo ist denn unser, äh, ne, die Perspektive, war das auf die, oder waren wir gerade dahin? Oh mein Gott, ich weiß es einfach nicht. Was haben wir hier? Wir sind hier. B3, Manufaktur. Können wir da vorne noch hoch? Ah, hallo, Moin Jack. How are you? Ich speichere jetzt schon mal kurz. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Hi Dennis. Ja, Dennis! Ich hab Dinge. Und die verkaufe ich dir jetzt. Zum Beispiel einen Gelbquarz. Vier davon. Ganze fünf hiervon. Zwei davon. Und eins davon. Kombinierbar. Deswegen hab ich keins davon. Düt, 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 düt. Okay, sonst nichts kombinierbar. Gut. Mechanisches Teil, Zylinder. Interessant. Ah. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, I know. I know, no, no. Sieht auch ganz schön aus. 200.000... Boah. Rückstoß wird gemündert hier. Also ich würde... Ich überlege mal ganz kurz. Ich will irgendwie dieses Leuchtpunktvisier. Ich will die Flinte. Erhöht Feuerkraft sowie Feuerrate. Also ich liebe euch hiermit tatsächlich. Sehr gerade. Pläne? Ich muss erst mal gucken, was haben wir denn da für... Nee. Nö. Ich kaufe die Pläne nicht. Wir benutzen die nämlich als Blendgeschoss. Sonst benutzen wir fast gar nicht. Also gar nicht. Haben wir noch nie benutzt. Jammer schade. Aber du hast nicht genügend Platz. Oh doch. Das habe ich. Ja, da warte einmal ab. Wie ich da Platz haben werde. Wie langsam mal hier. Guck mal, wir haben immer noch den hier, ne? Stimmt, dafür brauchen wir auch die Geschosse, aber... I don't know. Oh... Oh! Ich bastel mal kurz ein bisschen. Ich hoffe, es ist okay. Okay. Ich hab zu viel. Ich mein... Das ist schon cool, aber wir benutzen es halt wirklich nicht, ne? Es ist cool, einen Granatenwerfer zu haben, aber was wir denn für Munition haben. Nein, 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 nein. Ja. Sekunde. Äh, Munition... Ist das die... Der will auch die Flinten-Munition. Sehe ich das gerade richtig, dass der auch die Flinten-Munition braucht? Ich bin ein bisschen verwundert jetzt gerade. Es passt natürlich 30, ja. Die Flinten-Munition können wir herstellen, das ist gut. Ich find die hier eigentlich ganz nett, man. Teuer. Komm, einen können wir doch noch mitnehmen. Den hier. Moment, bitte. Wir sagen, wir haben jetzt schon genug Geld. Wir kriegen das hin. Zu hungern. Heißt zu leben. Ich will keine Blendgeschossen machen. Die sind da eine... Flinten-Munition. Ich muss es eh gerade nicht mehr leisten. Ja. Reicht erst mal. Hier können wir auch nichts jagen. Ach so. Okay. Dann... würde ich sagen, geht's weiter. Oh mein Gott. Ein paar ausgebraute Sachen im Chat. Das ist nur wahrscheinlich, weil ich wieder irgendwas übersehen hab. Ich sammle aber auch nicht krass diese Holzdinger, aber wenn ich die irgendwo seh, der meiste kaputt. Liegt noch einiges vor mir. Eine Sache, die halt... Mit der ich halt immer Schwierigkeiten hab, ist, Munition und Waffen zu ordnen. Immer. In jedem Spiel. Weil ich da einfach... Und seitdem mir jemand in den YouTube-Kommentaren vor fünf, sechs Jahren mal geschrieben hat, ähm, äh, warum weißt du nicht, welche Munition... dass die Munition zu dir und der Waffe passt. Das ist Allgemeinwissen. Einer meiner All-Time-Favorite-Kommentare, muss ich ja immer noch sagen. Ähm, ja. Mach ich mir darüber gar keine Gedanken mehr. Ich frag mich, wo der herkam. Okay. So, weiter geht's. Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab da gerade irgendwo... Hab ich nicht hier gerade irgendwo eine Kiste gesehen? Das war die Light. Doch, da unten. Ja. Ja, Mann. Küste-Chan. Können wir hier hin? No. Okay. Das ist keine Munitionskunde in der Schule? Nein, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ich hab viele... Also, nicht viele. Ich hab einige YouTube-Kommentare, die werden einfach... meine All-Time-Favorite sein. Aber die waren eher von der damaligen YouTube-Zeit. Heute... Heute sind die Leute klug, heute hassen sie nur. Sie schreiben wenig Dummes, sie hassen einfach nur. Wir sind schon einen weiten Schritt... Wir sind einen weiten Schritt schon gekommen. Äh, weite Schritte schon gegangen, deutsch. Einen weiten Weg gegangen, gekommen. Guten Morgen. Das ist so sympathisch. Nicht, wer sich um uns sorgt. Ach so. Im Ehe ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Was sind die Boxen? Weiter geht's. Was ist das? So dumm? Oh. Einmal ausprobieren. Mag nicht. Die arbeiten ja hier richtig. Hä, die arbeiten hier voll. Wieso sollte ich denen was tun? Können wir denn noch so schönes ausprobieren? Wir haben Magnum-Munition. Kann ich die vielleicht... Warte mal eben. Die kann ich auch nicht auspacken oder so. Das ist die Magnum-Munition, ne? Fünf. Nein. Fünf. Nur fünf. Das sollten wir hier nicht machen. Komm. Da vorne ist gelb. Das heißt, da geht der Weg wohl weiter. Deswegen gucke ich mal, was hier so schönes ist. Oh. Ja, natürlich nehme ich doch alles gerne. Ja, was haben wir denn noch? Da habe ich schon eine Idee, was ich damit machen könnte. Flint-Munition. Yeah. Ich habe fleißige Arbeiter hier erschossen. Ich fühle mich sehr schlecht. Da auch wieder. Nein. 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 Okay, ich sehe. Okay, ich bin fast sicher, dass du hier auch schleichen könntest. Ein Dietrich-Chan. Wir müssen noch mal ins Dorf. Da gab es ja noch ein paar. Oder haben wir da schon alle durch? Oh, kleiner Kristall. Gerade hat jemand Resident Evil 8-Werbung bekommen. Okay, das ist sehr passend. Das ist übrigens auch so ein Ding in Spielen. Wenn ich sehe, dass dieses Licht hier so drauf scheint... Okay, das soll wahrscheinlich von der anderen Seite so sein. Hier kannst du rein. Es ist immer ein Hinweis. Von hier oben kann ich nichts machen. Jetzt gehalten, sagen sie hallo, wollen sie beherzt einen Tee trinken. Okay. Äh, warte, wo hab ich den jetzt hingepackt? Brrrr. Oh! Ah, nein! Okay, der war's wert. Ähm, darf ich bitte? Dankeschön. Dinge, die ich in Spielen immer mache. Nachladen. Genau, das ist die Steuerung S. Das ist meine Steuerung S. Äh, nachladen und speichern die ganze Zeit, sobald ich kann. Ganz schlimm. Geld! Geld ist toll. Das hab ich voll übersehen, schreibt Isa. Was? Nein! Okay, ich bin froh, dass ich es nicht übersehen habe, weil das hat sich sehr gelohnt. Isa, es tut mir leid. Da fällt mir bestimmt tausend Sachen übersehen, die du nicht übersehen hast. Oh, das ist auch belastend. Das sollten wir nicht durchrennen, ne? Was machen wir denn da? Nee, das ist nicht okay, das ist einfach nur so rot. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut ist, wenn wir hier durchgehen. Oh, ich komm nicht höher. Scheiße, ich komm nicht höher, ich kann den Isen nicht höher. Okay, warte mal. 3, 2. Gut. Hier noch? Nein. Ich hatte jetzt vielleicht ein bisschen was machen, was das aufhört, damit er uns nicht... Ah, so soll das gemacht werden. Wahrscheinlich kann man das auch von oben machen, ne? Mal den nächsten von oben. Turbine-Chan! Boah, jetzt bin ich aber beeindruckt! Meine Güte! Da gönnen wir uns jetzt auch mal so ein bisschen. Hast du da auch noch ein Auge, das rot ist? Du hast noch ein Auge, das rot ist! Oh, zwei! Nein! Da gehen wir aber mal doch ganz kurz. Oh! Nicht gut! Man kann ja mal ausprobieren, langsam, ne? Boah! Boah! Okay, wie viel fressen die denn? Boah! Boa! Ich will nicht mal die ganzen tollen Waffen nehmen, aber ich wusste, dass es irgendwann so weit kommen muss. Ich habe kaum noch Munition jetzt. Jetzt sollte ich wirklich mal langsam ein bisschen aufpassen. Kurt! Da, 13! Also nicht auf mir sitzen. So sad! Da vorne, okay. Da vorne muss ich hin. Da kriegen wir auch hin. Weiter geht's. Au, 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 au. Hätte ich das doch von unten machen sollen? Ich kann mir forschen, dass du das hier auch einfach so durchgehen kannst, dass du einfach überall durchfrennst. Oh, heiß. Oh, Alter. Wäre nicht gut, wenn es wieder anspringt. Dass dir auch nichts auf den Kopf fällt, das stimmt. Oh. Automatisch denke ich immer die Leer-Taste. Automatisch einfach. 9.550 Leih haben wir. Wir haben aber auch die ganzen Kristalle gefunden. Mehr Geld! Mehr Munition! Mehr! Gespeichert. Modellverbesserung. Modell-Soldat-Jet. Hab ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge sind nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zu zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung. Soldat-Panzer. Hab eine Schutzhülle aus Aluminium-Legierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass es regulären Feuerwaffen standhalten kann. Regulären Feuerwaffen. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Okay. Das war jetzt gerade den, den wir hatten. Der Panzertyp. Das waren dann die beiden jetzt wahrscheinlich, oder? Oh, Karte der Fabrik, obere Bereiche. Ich benutze die ganze Zeit nicht die Karte, ich doofe. Vielleicht können wir die Fabrik am Ende noch mal kurz durchgehen und noch mal gucken. Nicht so gut. Das leuchtet rot, ich muss einfach. Okay, Entschuldigung. Okay, warte. Gerade Kamera weggemacht, zu Sicherheit. Ich dachte, jetzt kommt das Sequenz. Ich will da mal gucken. Metallreste? Metallreste ist es aber nicht. Nope. Boah, schön, schön. Wertvoll. Wertvoll. Ich hätte gerne einen sehr wertvoll. Das wäre sehr schön. Nun, ja. Okay. Man sieht nicht so gut. Also, es soll offensichtlich dahin. Ich gucke nur, ob hier vielleicht noch... Hey! Okay, wir können die... Oh, Gott. Ich finde es gut, dass es sich lohnt, die Gegner zu töten. Weil du dafür halt die Sachen bekommst, damit du deine Waffen auch bestätigst. Also, Geld, damit du deine Waffen besser machen kannst. Bei sieben bin ich oft einfach durchgerannt, weil ich mir gesagt habe, dafür spare ich mir einfach die Munition. Und ich fand, und ich werde das so bereuen, dass ich das gesagt habe, vor allem, nachdem ich gerade Jetpack gelesen habe. Mal ganz kurz den Ventilator ein bisschen an. Äh, ich fand sieben auf einfach auch schwerer als den Teil. Aber wir warten mal ab. Ich versuche, sehr sparsam zu sein hier. Ja. Ja. Vielen Dank.